Komme ich hier wieder weg? Offensichtlich nicht hier. Sieht schon besser aus. Wird es eigentlich markiert, dass wir den bestanden haben? Nee, wird irgendwie nicht markiert, schade. Handkampf, Drogenreise, die haben wir. Spielhülle? Nee, danke. Zwei Statuen zurückbringen könnten wir. Legen die ihre Outfits kaufen. Die ist quasi die zweite. Warte doch! Ich brauche noch ein paar Trucks von denen. Glaub ich drei oder zwei Stück. Ist jetzt die spawned? Komm schon! Der weiss, dass wir ihm auf den Fersen sind. Tschüss! Komm schon! Es wird hier vorbei geben. Das ist ein Abende. Ich stoche jetzt. Los Ante. 4.2 macht selber leute Junge, what the hell? Gut, wenn ihr nicht hinterherkommt, selber schuld. Das war's für euch. So einfach geht's. 35k, nice one. Wie gesagt, äh, hier hin. Doch, doch. Ach, ich wollt noch schauen, ähm, Taxi fahren. Ne, nicht so. Hm. Das wollt ich nicht. Sorry, kannst dein Taxi draben? Äh, hallo? Tch. Ey. Haben die was für mich? Da kommt ein Taxi. Hä? Äh, man kann doch hinten einsteigen. Ich wollt noch mal schauen, wie das funktioniert. Und vielleicht gibt's ja an den Tiefen oder so. 310 Dollar. Boah, ho, ho. Nicht gerade günstig. Aber gut. Ich hab' einen von deinen Statuen gefunden. Der Monke. Danke. Was hast du in den USA gemacht? Das macht dich denken, ich hab' nichts anderes gemacht, als was ich jetzt mache. So, das haben wir noch gar nicht. Vollidiot. Vollganggriff. Auch betäubte Gegner. Fertig. Bist du, ich hab' nichts gemacht? Mensch. Hab' du vergessen, alles? Okay, das ist noch nice. Und an das werde ich mich auch wieder nicht erinnern können. Boah. Junge. Ja, eine haben wir glaube ich noch. Und dann fehlt noch eine einzige oder zwei Stück. Zwei Stück fehlen noch. Ja, zwei Stück fehlen noch. Ja, zwei Stück fehlen noch. Ja, zwei Stück fehlen noch. Alles ist gut? Nein, Sifu. Was hast du damit gemacht? Es ist wie es ist. Also, wenn deine Schmerzen sind schmerzen, das bedeutet, dass sie schmerzen sind? Oder ist es wahr, dass durch die Praxis, und die Konzentration, du kannst dich ändern? Ein paar Probleme ist schwer zu lösen, als eine Schmerzen, Sifu. Schau meine Studenten für eine Minute. Du kannst deine Gedanken ändern. Was würdest du lernen? Eine Folge-Kombo nach dem normalen Sprung-Kick. Armbrecher-Griff-Kombo. Das hört sich gut an. Behalten. X. Sorry. X. 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 Oh, shit! Nee, warte. Ich hab's noch nicht drauf. Uh, das ist der Beinbrecher. Auch gut. Endors Look. Du musstest immer das plötzlich gingen. Holy moly! Es muss nicht. Drei So, jetzt. Das macht den Gegnern auch Angst, das ist gut. Okay, xx, wenn ich jemanden im Griff habe, das ist auch gut. Armbrecher. Gut. Ja, noch mal ein bisschen shoppen könnten wir auch. Ich gebe noch legendäre Outfits, mal schauen. So, nee. Hier kommen wir ja nicht rein. Sorry, war ich nicht. Was gibt's hier? Ice Cream. Ice Cream. 1,26 Millionen. Die sind ziemlich reich. Mal schauen, ob es irgendwas Spezielles noch gibt. Hüte. Ich suche auch immer einen Strohhut. Oh, sehr große Probleme. Sehr, sehr, sehr große Probleme. Oh, das ist ein guter Blick. Ich kenne viele Mädchen, die in diesem Blick sind. Ein paar Mädchen auch. 60% Nahkampfschaden. Oh, kannst du den Bionic fühlen? Du wirst schon stärker sein. Du wirst schon stärker sein. Revolver mit Granaten, wie ein verkappert Fahrzeug aus grosser Distanz. Das muss ich austesten. Ah, das ist aus, äh, wie heisst das Game? Mir fällt's gerade nicht ein. Da, wo man die ganze City in Chaos versetzt. Just Coast, genau. Nehm ich mal. Was drücken sie eher um die Zwischen... What the hell? Oh shit! Wollte ich nicht. Aber gut. Ähm, ja. Wir gehen mal hier hin. Score die Zweite, bitte. Sorry. Einfach einen Granaten werfen. Was Nebenvision angeht, haben die, glaube ich, nicht mehr allzu viel offen. Wir sind schon ziemlich, äh, weit fortgeschritten im Game. Und da es hier ein Achievement gibt, möchte ich das natürlich auch noch reichen. Ich weiss allerdings nicht, ob ich das schon überhaupt, oder ob ich das überhaupt schon hab. Könnte natürlich auch sein. Dann wird's unnötig, aber würde ich sein, egal. Man, ist immer gut. Kommt. So langsam die Polizei von uns abnehmen. Okay. Warte, 4 Sterne? Okay. Ja gut. Zum Glück treffen sie auch nicht so gut. Gut. Und das war's. Sollten wir gleich los haben. Yes. Ja Leute. Hier können wir gleich so ein Auto kaufen. Wenn es etwas interessantes gibt. 40,000. Moin. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020